Ich find's lustig, dass ich jedes Mal die Einstellung von allein sich wieder zurückset- Das ist echt ein Witz. So, was geht, Lukas, moin Harland, was geht? Jetzt geht's ja online spielen, Leute, weiß jemand, dieses Valo, wie heißt das, Valo Raidgame, Valo, ach, Dinger, wer heißt denn, dieses eine scheiß Spiel, wo gerade schon wieder geheimt ist es, fängt mit Buchstabe V an, glaub ich, aber ich weiß es nicht, wie man den Scheiß ausgesprochen hat. Gibt's das Spiel eigentlich auf Dings, Playstation? So, also, gehen wir mal neu, gehen wir mal neu, gehen wir mal neu. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Wie heißt denn? Die ist eines Spiels. Valorant. Valorant. Ah, scheiße. Kann das absolut nicht aussprechen. Ah, nee, das Spiel gibt es ja auch nur auf PC. Ah, komm. Oder, ey, ey, ich brauche einen scheiß Gaming-PC. Ich brauche einen scheiß Gaming-PC. Ich brauche einen scheiß Gaming-PC, bitte. Ich brauche einen scheiß Gaming-PC. Ich brauche einen scheißen Graf. Ich brauche einen Александ Eugene. Eis in der Sprache. Oh shit! Es stimmt, es stimmt zu laufen echt sehr gut. Und auf einmal sind alle Zuschauer wieder weggeläßt. Läuft, 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 läuft. Lass erstmal das in die Reihe kriegen Digger und dann mach ich meine so, mit Ernst Digger. So, mich botzt du gegenseitig so, ich botte dich, du botzt mich auch wenn der Manu mich jetzt nix bringt Digger. Trotzdem so mach ich meine so und ja man. Ich bin nicht nur die, ich bin nur die, ich bin nur die. Es sind 430 Leute online auf Playstation. Ich habe auch keine Lust mehr über Playstation, das muss einfach so wie es ist. Aber nah in den ersten Scheiß zwei Wochen kommt mein kack Internet an. Fahr gescheit! Fahr gescheit du Hund, Alter. Moin Jennifer, was ist denn? Alle, alle, alle! Wir sind wieder! Das war's für heute. ja schon auf preis gewonnen hat dann hat man gar nicht die motivation zu sein ja auch wichtig ach ja leute ach ja komm ja 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 jungs was soll man ja keiner da alter kann doch schreibe aus dem chat keiner schon drein wir haben samstag und es ist nichts los schtag 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 oh der wir haben ja ein mit spieler drinnen und der kommt genau rein um abzufangen also ne einfach nur nein wir haben ein mit spieler drinnen und der kommt wirklich hier rein einfach um abzufangen mal die lobby war immer schnell voll 10 direkt drin und so ne scheiß das hat den stream komplett kaputt gemacht durch die ganzen scheiß leckste ich hatte live in live in live in das ist echt scheiße ich bin jetzt dann dieses jahr ende dezember dann drei jahre und es geht einfach nix voran es geht wirklich absolut gar nichts voran wir stehen ganz auf die gleiche abo das kommt keine neue leute es kommt kein neues game nix es nervt junge bring jetzt mal das gescheites raus und diese verfickte spätschicht junge das ist oder das fakt ab hat fünf tage immer nie live gegen die dreckige spätschicht also richtig eklig da könnte ich jeden tag sind würde ich trotzdem jeden tag stehen können einfach auch körperlich aber trotzdem immer diese fünf sechs tage hintereinander nicht live gehen können ist scheiße an erster stelle holen wir jetzt erstmal red bull und an zweiter stelle muss ich schauen wie ich eigentlich ein gaming künstler bekommen ja meinen neuen perso krieg ich auch erst in drei wochen alles viel zu sagen neuer wehnerruder kommt auch erst in zwei wochen man das muss schneller gehen zack der acht wenn ich per se beantragt gehe ich sie gleich innerhalb bin was weiß ich wie lang von mir aus paar tage genauso wie mit dem router ich darf nicht in kauf kommen ein zwei tagen nein zwei wochen drei wochen ein monat bitte bitte was ist das ja ich komme gleich bitte 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 Das war's für heute. Seit Monaten verdiene ich gar nichts mehr mit YouTube. Ich sage ehrlich, 3-4 Monate habe ich stark mit YouTube Geld verdient. Boah, da lief es auch sehr gut. Da lief es sehr gut. Da waren meine monatlichen Einnahmen 100 Euro zwischen 300 Euro. Also 300 Euro war das Höchste in einem Monat, Leute. Heftig. Haha, Gänsehaut, krank. Bist du euch vorstellen, du kriegst 300 Euro von YouTube durch den Support von euch. Du hast Geld verdient mit YouTube. Das ist krank. Den sitzen im Stuhl und zocken. Das ist heftig, Leute. Das war der beste Monat. 300 Euro. Boah. Aber aktuell jetzt seit Monaten streame ich. Verdiene ich gar nichts. Also aktuell ich verdiene gar nichts mehr mit YouTube. Also vielleicht pro Monat 5 Euro oder so. Geld kann man ab erst auszahlen, ab 80. Warum kann ich kennen, weil ich über Playstation streamen und über OBS. Gar nichts mehr funktioniert wegen Internet. Und über Playstation eigentlich so gut wie auch nicht fast. Weil das Stream auch dann Alpha wegen Netzwerkproblemen, Internetproblemen auch beendet wird automatisch. So. Da ich mir aber einen eigenen WLAN-Router jetzt geholt habe. Einen Internetanschluss. Ist das am 22.04. vorbei. Dann habe ich einen eigenen Internetzugang. Einen eigenen WLAN. Ein besseres WLAN, stärkeres WLAN etc. Und dann müsste es wieder klappen, dass ich über OBS streamen kann. Mir fällt auf, vielleicht probiere ich dann nochmal über GTA auf PC. Weil das hatte ja auch was mit dem Internet zu tun. Also GTA über PC zu zocken. Das hatte auch sehr stark was mit dem Internet zu tun. Weil das ist jetzt kein alter Scheiß-Büro-PC. Was ich habe, ist schon ein neuer. Ich dachte, du wirst FIFA-Youtuber. Warum FIFA-Youtuber? Wo ist denn da die Ironie, Emre? Ich dachte gerade, das wäre der gleiche wie Eminen. Also Eminen und Emre, aber sind zwei verschiedene. Easy. Ja, aktuell, also seit Monaten verdiene ich nichts. Ja gut, doch. Ich habe jetzt vor zwei Monaten nochmal auf NAS 90 Euro verdient. Aber es sind jetzt schon drei, vier Monate. Insgesamt nichts. Weil du eine ganze Zeit FIFA gespielt hast. Ja, offline. Aber ich komme auch nicht weiter. Das ist mir zu anstrengend wie die Leute. Und was die, weißt du, die Gegner, was die alle für Spieler haben. Alle Ikonen und ganzen Kack. Ich habe ganz normales Team, alles halt aus Gold und so. Also normal halt. Also schon starke Spieler. Ich habe Sancho, Kane. Ich hatte auch Ronaldo, aber den habe ich verkauft. Ich hatte auch Paul Pogba, den habe ich verkauft. La Cucco, den habe ich verkauft. Timo Werner habe ich. Der ist gut in FIFA. Kai Harvats, Sancho, Bruno Fernandes. Ich habe schon gute Spieler in FIFA. Rashford, Stale, Style oder wie der heißt. Ja. Ford oder wie man den auch nennt. Aber ja. So sieht es aus. Ja, aber Bruder, die Gegner am Schwitzen und Spielen. Junge, du denkst, du spielst gegen was weiß ich. Geil. Du denkst, du spielst gegen, du spielst in 100 Euro oder so. Also die schwitzen da rein. Gott, vergessen ey. Bruder, wenn der schon 2-0 führt oder so 3-0, dann bist du schon einfach gebrochen. Und wenn das dann noch so richtig lächerliche Tore ist und wo das so ein unnötiger Elfmeter der einfach nicht gültig ist, dann bist du raus. Dann bist du gebrochen und hast keine Lust mehr für das. Ja, Mann. Salam Aleikum. Kann ja irgendjemand reden hier? Bisschen Unterhaltung hier. Was ist los? Ey, 2 gegen 1 ist nicht fair, Leute. Ey. 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 Wie viel willst du noch schlucken? Ey. Tschetscho. Oh, Kollege. Was ist die Stallion? Was sie keren? Also in ca. 2 Wochen kann ich wieder über OBS streamen. Äh. Hoffe ich. Und dann wieder normal über Camp. Dann bockt man über Playstation zu streamen. Absolut. Hier gilt Raucherverbot. Was ist die eigentlich los? Ja, keine Ahnung. Hallo. Hört man mich? Ne. Ich sehe auch nicht, dass ich überhaupt rede. Hallo, 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 hallo. Was ist das? Habe ich mich auf stumm oder was? Ich habe auch schon öfter mich aus, dass ich noch eine Stunde gemacht habe. Hallo, hä? Und jetzt? Nehme. Ah, okay. Ah, so, Profi. Und jetzt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das geht einfach nicht Wie kann man ausweihen? Weiß ich selber nicht, Dinger Ich check selber Schon seit ich GTA gemeinsam mit euch Oh, Chicho, was ist los? Warum kann keiner von euch reden? Ich höre keinen nix Ah, was? Ah, komm Ich höre keinen nix Ich höre keinen nix Mein Headset ist kaputt Oh, Stier Moin, Pimmel Pimmel, Pimmel Ne, was? Was für Pimmel, Digga Bruder muss los Was für Pimmel Philipp Ich lese das Ganze Pimmel zehnmal hintereinander Ja, das geht So parkt man ein und nicht anders Ey Scheiße, oder was? Bruder, ich kann nicht ausweichen Guck mal, das funktioniert bei mir nicht Wie weicht man nochmal aus? Ich check's nicht Ah, jetzt hat's geklappt Daddy, na, was los? Schlafen sein, Kollege Vielleicht Ramadan, Yalla, Yalla Machst du eigentlich Ramadan? Oder machst du auch heran? Machst du kein Ramadan Nur, als ob keiner von euch reden kann Was soll denn der Scheiß? Und wie wär's mal, wenn ihr mal reinjointt Und mitzeugt, ihr Knechte, Alter Und die, die hier schon in der Lobby sind Äh, sollten mal den Zoom nebenbei laufen lassen Ja, ihr in der Lobby solltet den Zoom mal laufen lassen Was geht hier für den Algorithmus? Dass mal mehrere Leute hier reinkommen Ja, ich fasse Bruder, besser ist es Ah, hör mal Hier geht's richtig an Putze, fucks Was ist jetzt hier los? Das ist ein schlazer Fall Ah, ich flippe aus Ja, an die sechs Leute Hey, ohne Waffen Ja, ich hab ne Waffe geschossen Weil er geschossen hat Da hab ich gesehen, dass du geschossen hast Und dann dachte ich mir einfach mal Ich schieße auch, Bruder Hier, Mann Jetzt alle, die in der Lobby sind Alle einmal herkommen Auf geht's Alle, hallo Was ist los? 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 Pfl Motors are 설 ... ... Ich Oh, komm. Oh, oh, tschüss. Ah, fahr ich aber. Oh, okay, reicht. Fahr gescheit. Oh, 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 oh. Car mid. Oh, 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 oh. Ah, vassan, my man. ha 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 diese scheiße verdannter Autopilot korbe ah mhm dieser Autopilot nix gut länger scheiße dreck nix gut dieser Autopilot der SIGE Scheiße Dreck diese Autopilot du konnt Россel verstehst du so was da momen passiert eieiei wer ist denn hier gefahren So schnell kann dass passieren wenn man wie ein Hohar an so einem Pferd guckt euch das an eieieiei eierie이 Ei, 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 Ruhe, in Frieden. Oh, ei, 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 ei. Ja, da ist einer wahrscheinlich zu schnell gefahren. Ah, okay, hier war der Übeltäter. Gucken wir uns mal das an. Wollte der hier auf cool machen. Locker mit über 100 Sachen hier reingerast. Interessant. Okay, der hat dann diesen gemacht. Hier, zack, 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 zack. Okay, einen unschuldigen Menschen hat er auch noch mitgenommen. Dann ist er so, dann ist er hier und dann ist der hier reingerast und zack, Tankstelle explodiert. Und zack, die Karre war auch kaputt. So schnell kann das passieren. Ah, lass mal den Profi fahren hier, Kollege. Lass mich mal fahren. Lass mal den Profi fahren. Also derjenige, der hier gefahren ist, ist immer scheiße, aber ich zeige jetzt. Junge, jeder hat geile Autos. Es ist echt zum Scheißen. Ja, hallo, die in der Lobby sind. Können wir mal Vorschläge reinschreiben, wenn wir schon nicht reden können im Chat, Junge. Lass das lang. Ja, hallo, die in der Lobby sind. Da hast du Boxer,双ila. Ja, Daniela, kommt alle her. Und dann kommt der mit euren aufgetuneten Fahrzeugen her, machen wir Boxer. Oder ne, warte mal, wir können Boxstrampf einfach hier auf der Bühne machen. Ey, keine Augen zäulen, keine Augen zäulen, keine Augen zäulen. Stehenbleiben! Wo ist sie? Wussi 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 ich würde es nicht sehen social call course not you're in trouble and you need my help no problem sieben leute die sieben hier aus der lobby sollte man den kalt gleich nebenbei laufen lassen aufsturm dass man mehrere leute rein joinen können danke auch mitmachen das tut das hier gar nichts bitte red noch mal und bist du in der falschen lobby aktuell die sieben beziehen worden ist hier noch keiner mehr woher schreibt reinkommt alle kassen und fahrplatz ist ja gar nichts und hierher kommt perfekt für lrp ist noch nicht mal rp aber alles gut weil keine leute mitmachen ist hier so 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 Das ist so schön. Hallo? Aaaaaaaaaahhhh Lieber nicht, Digga! Kollege, was schlägst du da mein Cousin? Bist du Lebensmittel? Hehehe... Nonno doctor... Ja, dann muss ich mal was... Na ja, ein schade... TSM schmeiß mal gern raus, so'n Ding is입니다 Dinger Ich bin der Traus, ich bin der Traus Ja, ich bin der Profi Ich bin der Spongebung Ich weiß nicht Junge, wenn du ihn zehnmal anschreist und er redet immer noch nicht beim zehnten Mal, wird er auch nicht beim zwanzigsten Mal reden Gar nicht, Dinger Ja, weiß ich auch nicht, bei sehr vielen Leuten die in der Lobby sind, einfach nicht reden Ja, weil alle aus der Lobby sollten jetzt einmal herkommen, wo ich bin Dürfte nicht so schwer sein An alle acht Leute, kann doch nicht so schwer sein, einmal herzukommen, wo ich bin, oder? Vielen lieben Dank Moin der Lord, kannst du noch nicht erfahren, wie heißt du rauf? Wenn ich über Dings, dann hängt's hier alles auf Oh 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 aber die, die in die Lobby sind, einmal bitte herkommen, wo ich bin, vielen lieben Dank! Nee, ich hab nur eine von equity gamer NFI gekriegt. Äh, von dir habe ich keine Freundschaftsanfrage bekommen, der liebe Lord! Was ist da los? Leider nix bekommen. Was ist da los? Ausruhen wir mal eine Ausrufezeit für SN, 5 Buchstaben, einen Strich, das kriegst du hoffentlich hin. Ah, sorry, die war aus dem Stand, sorry. Achtung, weg, 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 weg! Ich hab gesagt weg. Aber ich wusste nicht, dass die Scheiße so schnell explodiert. An die lieben neuen Leute, einmal bitte hierher kommen, danken. Ah, sorry, die war aus dem Stand, tut mir sehr leid. Tut mir echt sehr leid, sorry. Also bis jetzt sind hier nur 4 Leute von 8. Also der DB284, der schon sein eigenes Tapir macht, bitte auch einmal herkommen. Ah ne, der Bre ist schon da. Wie du siehst, ist der Kollege Tauf schon. Wer ist das, der hier Scheißmusik am laufen hat? Wie du siehst, ist das? Ah. Ah What Oh Ah Ahhhh Ich habe mich nicht verraten. Ich habe mich nicht verraten. Hast du schon mal mitgespielt, der laut, oder bist du neu? Schöner Wagen. 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 Du stellst dich an der Wand hin. Schöner Wagen. Schöner Wagen. Du guckst nicht mal, wer den F1... Doch, auf Playstation 4 App. So, hallo, hallo. Weiß nicht, wir stehen jetzt zum Darmann gar nichts. Nee, ich will jetzt erstmal, dass alle meine herkommen. Gut, Bugatti-Gamer kommt auch und wo ist der andere schlafen, der Sack? Nein, aber den Mix hört dich keiner mehr, weil ich dich gleich rausschmeiß und den gewissen. So, gut, wenn Bugatti-Gamer da ist, dann... Weil mir dann nachher mal auf den Sack geht. Scheiß drauf, Digga. Also, überlegt jetzt schon, was wir machen sollen, machen können. Wurde rausgekickt, kommen wir gleich. Schreibt mal jetzt in Live-Show rein, was wir machen können, machen sollen. Vorschläge, wir sind 8 Leute in der Lobby, 4 App hier noch zu wenige. Also, schreibt mal irgendwas rein, Vorschläge, was da los, auf geht's. Und mir da 8 Leuten, ich weiß nicht. Wir können von mir was RP machen, hier in die viereckige Kiste. Also, hier, diesen Umkreis. Also, hier, ich weiß nicht, diesen Parkplatz, das können wir gerne machen können. Fahrst du im Rohr, was geht? Ah, auf einmal kann der Albaner reden, mashallah, was geht, was geht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was geht, was geht, Box Battle. Ja, nicht so viele Vorschläge auf einmal, gell. Geh auf Freunde, ne, auf Playstation kann ich nicht gehen. Also, auf Playstation, jetzt Playstation gedrücken und guck mich wie vor. Ich hab 2000 Freunde auf Playstation. Und wenn ich jetzt da drauf geh, hängt sich das Film auf. Also, Playstation Netzwerk, bla 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 und dann ist das Film beendet. Ja, warte mal, ich schau, ob ich DNF auslenden kann. Schreib mal nochmal in Playstation, damit ich send DNF an. Also, was ist jetzt los, was sollen wir jetzt machen? Schreib mal Vorschläge im Chat, sonst stehen wir halt hier 8 Stunden drum rum. Kein Problem. Ja, bestimmt 8 Stunden. Sollen wir RP machen mit 8 Leuten? Einmal ja in den Chat schreiben, wenn wir RP mit 8 Leuten machen sollen schon. Ja, wenn der Brejoch abonniert hat, dann passt das. Dann verstehen wir uns. Wenn nicht, dann verstehen wir uns. Dann verstehen wir uns da gar nicht. Der, der, die sagt... Okay, komm, wir machen, der, die sagt. Also, komm, wir machen, der, die sagt. Also, der, die sagt. Wir machen, der, die sagt. Also, das Spiel kennt jeder. Sagt das Spiel. Und dann machen wir RP. Also, wir machen jetzt, der, die sagt. Derjenige da draußen ist, der vergricht sich hinter den Wagen, hinter die zwei Fahrzeuge. Also, wir machen jetzt eine Runde, der, die sagt. Der, die sagt, wenn ihr das Spiel verstanden habt, einmal eine Waffe rausholen. So, wie sieht's mit den anderen zwei aus? Verzögert darf's gar nicht sein, weil Sprach stellt das an. So, gut. Dann sagt Daddy, das Spiel beginnt. Hihihihi. Der Brej kriegt wahrscheinlich schon einen Steifen, aber dieses andere. Also, Daddy sagt, packt die Waffen wieder alle weg. Gut. Gut. Also, das Spiel startet jetzt. So. MSCLJ sagt, holt die Waffen raus. Raus. Ich hab nicht Daddy sagt, gesagt. Raus. Raus. Boah, Maschallah, wie das aussieht, wie die einfach verrecken. So. Gut. Und sagst du mir nur noch drei. Äh, Daddy sagt, einmal zu mir kommen. Ja. Ja. Okay. Äh, Daddy sagt, stellt euch wieder an der Wand hin. Und eure Waffe raus. Daddy sagt, springt einmal. Das dauert mir, das dauert mir zu lange, Bruder. Leider raus. Ja, wir haben jetzt nicht so eine richtige Regel dafür, deswegen ist egal. Daddy sagt, stellt euch wieder an der Wand hin, die anderen zwei. Nein, der ist nicht gestorben, der ist noch in die Lobby reingejoint. So. Daddy sagt, wollt ihr eure Pistole raus? Ne Pistole. Normale Pistole. Daddy sagt ne normale Pistole. Gut. Daddy sagt, äh, zählt beide auf euch mit Pistole aufm Gesicht. Schießt! Beide raus. Beide raus. Beide verkackt. Beide haben geschossen, ohne dass ich der hätte gesagt. Schmutz. Gut. Der Gewinner des Tages. Nein. Keiner hat gewonnen. Der Gewinner des Tages bin ich. Ganz klar. Aber, wir beide geschossen haben. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Wie viele sind wir jetzt in der Lobby? Immer noch acht wahrscheinlich, gell? So, ihr habt beide geschossen, ich hab es doch gesehen Peter. Viele Leute sind jetzt in der Lobby. guck mal jetzt ja warte ich schau jetzt noch mal neun leute daran erst haben wir noch mal eine runde der die sagt man den ich habe immer noch ich weiß nicht ob du los bist aber einfach fahrzeug sperren lassen fertig ich bin jetzt und sagen dass man einfach sperren lassen die Alba die stolze Alba hier ich bin ein paar aber was los will ich keine Beleidigungen leute kurwe woher und Frieden echt was man echten die war scheiße dass man am gelegt wir haben der zahl ausgefunden wir sind und ist geschafft Eieiei, wir hatten ja das geschafft, der hat einfach einen Namen auf. Welche Eiladung? Ich habe keine Eiladung gekriegt. Wäre der Lord oder was? Oder ist jemand anders? Ja, der Lord und dein Freund, ich soll in den Chat schreiben, Playstation haben ich es denn selber erfahren. Ghost Armstaff war 1.07, 1.07, was geht? Kannst du mich M blockieren? Weiß ich nicht, was hast du gemacht, dass du überhaupt blockiert wurdest? So, meine Frage lautet, sollen wir jetzt RP starten oder nochmal eine Runde, der die sagt, mach ne Homo? Einmal ja für nochmal eine Runde, der die sagt oder nein für RP jetzt? Ja, sollte auch mal jemand in den Chat abstimmen. So, und der Kollege, der weiter auf mich schießt, fliegt demnächst raus. Gut, dann gehe ich auf Playstation App an. Ist das der Tobi oder was? Ja, der hat einfach Profilbild. Der hat einfach Profilbild, das was mein altes Discord Profilbild macht. Ja, so schnell bin ich auch nicht. Er schreibt vor 2 Sekunden sein Playstation, hab ich schon geschickt. Ja, Mann, der Brie liebt. Ja, okay, dann machen wir eine Runde, der die sagt auch. Äh, und dann machen wir aber RP. Also. Ja, kommen wir gleich dazu. Also dann, der die sagt, stellt euch mal alle wieder an der Wand hin, let's go. So, der Lord. Und. Ja, der Brie hat wahrscheinlich schon diesen anderen Steifen. Diese eine Albaner hier. So, und das ist ja gut. Marsha da. Ja, der Lord Bush, ich finde dich nicht auf Playstation. Ne, ich meine doch gerade jemand anders. Der Lord Bush. Also ich habe genau den Namen eingegeben, so wie du geschrieben hast. Hast du schon mal mitgespielt oder bist du so komplett neu? Warum echt und das jetzt? F, E, G, A, A, M, A. Und Euhm. Ja. Ja, F, F, G, Gama oder wie du heißt. Schauen wir mal, ob du einen F Apfen erhauen hast. Oder ich hab ja wirklich einfach zu viele Freunde und ich muss welche löschen. Der jetzt, ob 2000 wirklich das Limit ist. Na, m established, ich weiß nicht kritisch. So, und jetzt warte mal Das kann es dir ja nicht geben TSM, was ist da los? Test, Test Test, Test Test, Test, Check, Check Jetzt sehe ich jetzt schon wieder Hallo, 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 hallo So, jetzt Gut Ich weiß nicht, ob ich es kann Also kann, kann ich schauen Gegenfrage, ob ich will, ist so die Frage Ne, der Gewinner kriegt Einen dritten Arsch von mir Wo ist der Hype hin? Eine Frage an dich, Robin Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt Einen Hype hatte, hallo, Hype Hatte ich mal einen Hype? Liebes Team, liebes Chat Hatte ich Hype? Weiß ich nicht Ich glaube ehrlich Wann? Wann denn? Also wenn ihr das Hype nennt Wenn ich 20 oder 30 Zuschauer hatte Dann, äh, aua Ich hab absolut noch nicht einmal Hype gehabt Fortnite Hype Das war kein Hype, Bruder Das war kein Hype Das war ein Fortnite Hype Äh, aber nicht, äh Der MSCJ Hype Das war ein Fortnite Hype, okay? Der Fortnite Hype, richtig Ja, das war ein Fortnite Hype Richtig, aber das war nicht der MSCJ Hype Das verwechselt ihr Das ist was anderes Das Spiel Hype So wie RP Hype Hatte ich auch Hype Die ersten zwei Monate Wann auch krank 20, 30, 40 Zuschauer In jedem Stream Das war aber nicht der YouTuber Hype Sondern das Spiel selber der Hype Versteht ihr? Das ist der Unterschied Der Hype, wo ich gehypt werde So wie ein neuer YouTuber Versteht ihr? Das ist Hype Aber das Das ist was anderes Wer würde jetzt zum Beispiel GTA 6 jetzt einfach rauskommen Plötzlich morgen Dann hätte ich auch Morgen 30 bis 100 Zuschauer Ganz Fakt Aber das ist nicht der MSCJ Hype Das ist dann das Game In der Hype Und dann das Spiel irgendwann aus Und schon sind auch wieder nur 5 Leute Aber dieser Hype Wo die Leute mich hypen Der ist nicht da Kollege Nee, die ist eigentlich Schmeiß dich gleich ohne Spaß Lass da drauf wieder raus Und dann kannst du uns jeden nachspenden Dass dich dann blockiert was Ja So Jetzt könnt ihr mal an der Wand hinstehen Also schmeiß dich raus Wann der Rest hier nicht an der Wand hinstehen An allen Stellen hinstehen Oder wie die Scheiß auf deinen Scheiß Wo ist mein Mord hin? Na, du bist ja lustig, Robin Wo ist meine Spende? Ist die Frage Wo ist meine Mitgliedschaft? Wo ist der Support? So Also 3 Ja gut, wir starten Also der, die sagt Das Spiel kennt jeder Ja, wir haben ja gerade eine Runde gemacht Gut Der, die sagt Schult mal eure Waffe raus Gut Äh, MSCJ sagt Packt die Waffe wieder an Das Spiel heißt Der, die sagt Und nicht MSCJ sagt Ja, ist schon wieder Alle drauf eingefallen, Digga Wir haben das noch gerade eben gemacht Gut Dann MSCJ sagt Dann packt jetzt bitte Die Waffen wieder an Gut Also dann packt jetzt die Waffen wieder an Gut Der, die sagt Packt die Waffen wieder an Der, die sagt Packt die Waffen wieder raus Gibt's noch Berkin? Ja, ja Den gibt's noch Also einen privaten Kontakt Aber ins Team ist auch nicht mehr vorhanden Äh Der, die sagt Packt die wieder an Der, die sagt Holt die Pistole raus MSCJ sagt Packt sie ein MSCJ sagt Packt sie ein Der, die sagt Packt sie nicht ein Der Hammer ein Gut Der, die sagt Packt sie ein Der, die sagt Hol die Waffe nicht raus Der, die sagt Kommt mal zu mir Der, die sagt Stehen bleiben Der, die sagt Weiter Stehen bleiben Der, die sagt Stehen bleiben Der, die sagt Kommt zu mir Stehen bleiben Ah, ich weiß nicht Kritisch, länger Der, die sagt Stehen bleiben Der, die sagt Weiter MSCJ sagt Stehen bleiben Der, die sagt Stehen bleiben Der, die sagt Holt die Pistole raus Schieß Ah, du warst schon Anvisiert, Bruder Gut Dann Haben wir euch zwei Der, die sagt Visiert euch beide an Schieß Schieß Okay MSCJ sagt Schieß Schieß Ja, okay Jetzt würdet ihr gerne abdrücken Ja, ja, ja 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 Der, die sagt Dann könnt ihr jetzt Nicht schießen Daddy sagt Ihr könnt schießen Okay, gut GG An der Stelle So muss das Spiel laufen Ja Dann hat der stolze Albaner Hier die Runde Gewonnen Ich bin Albaner Ja, ich kann alles Ja, Mann, Digga Irgendwann, jetzt ist Ram, Alter Was ist da los? Hallo Sie, Wichser, wenn dann schon Entschuldigung Haram, ja Haram, Digga Was ist los? Großes Faysgaming Sie im Aktuell Über Playstation Deswegen Nur weil ich Anvisiert hab Heißt Nicht, dass ich Geschossen hab Ich weiß Du hast noch nicht Geschossen Aber du wolltest schießen Und von Anvisieren War ja auch nicht die Rede Deswegen Was bin ich? Ich bin stolz An den Bahnen Nein, nein Ich wollte machen Wollte machen Aber Dann doch nicht Die Arbeit, Kollege Die Fickzicker Das kannst du vergessen Da brauchen wir Schau Aus dem Snacken Und Trinken Wenn du da Zehn Stunden Am Arbeiten Ist besser So muss man Nicht Deine Hackfresse Sehen Ja Groß Groß Abends Aber Hauptsache Erstmal noch Halbe Stunde In den Chat Ben Bitte Kannst du mich Blockieren Bitte Bitte Und dann Läuft es nicht Aus seiner Nase Erstmal mich Als Hackfresse beleidigen Egal GG Abends darf Einsatz nehmen Einsatz nehmen GG Buddha Buddha GG Was ist Warum Sollte ich Also wir starten Jetzt mit Wischschwester 10 Leute 10 Leute Ist eigentlich auch noch zu wenig Müsste noch 2 3 Was Wen kann ich enden Ich hab den doch Nefahre gesendet Da hat der keine gekriegt Ja warte ich Da muss ich kurz Ja warte Das war mir wieder Anders Dann Ich lösche kurz 2 3 Leute Und dann Muss es klappen Ich hab maximale Mit der Rechts Wir löschen mal Auf Ehrenlos Scheiße auf Ich blöcke Einfach Ein Boxkampf Ja wir machen jetzt Wischschwester Kennt jeder die Regeln Wenn ja schreib mal Einzelchip Wenn du die Regel kennst Und 2 Wenn du die Regel noch nicht Kennst Also nochmal Wer jetzt schnallet Die Regeln Ihr kennt Bei mir Der soll mal Einzelchip Schreiben Wer es noch nicht Kennt So nochmal 2 In Chat Reinschreiben So spreche ich mir Arbeit So also Ich hab jetzt 2 Leute Gelöscht Ähm Soll mal Jetzt nochmal schau Wenn mir Nefahs Händen kann Also Knuffiges Schimann Kennt nicht Die Regeln Das muss ich extra Wegen dem Blät Die Regeln Anklären Ah Bruder Bitte 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 mach nicht Die Sen Also nochmal Für alle Der Hase Startet Genau Jetzt Das heißt Wer 2. Fax macht So wie die 3 Leute hier Und euch Gegenseitig Erschießen Erschießen Genau Ihr 2 Seid ihr die Ersten Die hier aus Der wunderschönen Lobby Hier rausfliegen Also Daher Die Wischwester In LP Hier startet Genau Jetzt Und das heißt Wer jetzt weiter Faxen macht In der Regel Verstoß Etc Der fliegt raus Danke Wenn das nicht bescheid ist Also ich hab jetzt schon 3-4 Kandidaten Die ich gleich blockieren muss Und dann aber Achtung Also die Regeln lauten Ganz einfach Auf der App zu schauen Hauptsächlich Wo ich bin Um mir ganze Hinterher zu fahren Etc Ist nicht erlaubt Bankenkriege Und Banküberfälle Sind Nicht erlaubt VDM Etc Das ist ganz scheiß Sowieso nicht Wenn ich weiß Was er jetzt Guckst dir bitte Vorher Ein YouTube Tutorial an Genau Ähm Ja sonst Ein Überfälle Eigentlich Ja Außer halt Banküberfälle Und Bandenkriege Ja es sind eh nicht So viele Donder Also von dem Guck mal Jetzt Ja Hat er Ist das ein scheiß Hier Mit die FAs Hier Musst du noch Ein Playstation Account erstellen Extra dafür Ja jetzt hab ich Wieder eine Anfrage Gekriegt Hallo hier Ist Fekama Lass uns Freunde sein Ja man Ja man Wir sind jetzt die besten Freunde Es geht Ja also gut Also 2000 Ist Limit Das heißt Ich muss tatsächlich Welche Löschen Ja gut Ich lösche einfach alle Die Fortnite Die Fortnite Ja aber ich hab von dir Immer noch keine Kriegt Aber jetzt kann ich mir In der Phase Weil ich hab jetzt Ein paar Leute gelöscht Ja Ja Tobias hast du Ding Screw oder so wie die Scheiße ist Ja keine Keine Äh Ja Oder ja Wie das heißt Ja Lass mal Lass mal den Großen Ja Ja hab ich Ja Wollte ich Ich wollte eigentlich auch fahren Aber ich krieg gleich Aggressionsprobleme Existenz Ja Neh ne Neh ne Neh ne Neh ne Ich hab immer noch keine gekriegt Naher ist man die einzelne Denn слуш ichche Ich steige Ja Die Ich Aber ich aussteigen direkt festnehmen aber das andere festnehmen für wascher nennen sie ihn alles was geht oder alle haben geheult dass er p machen ich mache alle verlassen perfekt aber wir müssen schlafen gehen so hallo ist es eigentlich normal dass man so über die wiese fährt wie behindert das ist staats eigentum muss darüber gefahren halt aussteigen hallo aussteigen 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 noch einmal nicht mehr schießen auf sie nur fürs fotokoll so auf ein gehweg auf ein gehweg auf ein gehweg bewegt danach auf ein gehweg weiter 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 nach rechts 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 geradeaus weiter 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 stop 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 Jetzt ist die Frau ihr Kaffee runtergefallen, auch wegen ihr, so. Also Kollege, ich sehe auch, sie haben rote Augen. Was haben sie hier verteidigt, wie sie sagen? Was für Drogen haben sie genommen? Doch, ich glaube schon, dass sie was genommen haben. Sie haben Drogen genommen. So wie es aussieht wie Crystal Meth, oder so Kokain, sind sie drauf? Kein Wunder, dass sie wie behindert über die grünen Wiese fahren. Ja, mach mal nen Test. Guck mal, ich schau mir den Wagen an. Scheibe auch kaputt. Scheibe auch kaputt. Hey, Kollege! Stehen bleiben! Nein, du gehst nicht mehr, dein Auto ist vorbei. Du hast den MEF genommen. Das war es! So! Ein Auto wird beschlagnahmt und ein Führerschein wird sofortiger Wögel entzogen, Kollege. Hast du kapiert? So, dann hätte ich noch nicht frei, warum bist du die Scheibe hinten kaputt? Was laden drauf? Ja, wir haben aber jetzt gerade den Kollegen. Nein, 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 nein. Dich nehme ich aber noch auf. Na, wir fahren mit dem anderen Wagen, beschlagnahm den anderen Wagen. Ich brauche den Wagen, ich nehme den Kollegen hier fest. So, du, Kollege, komm schön in den Polizeiwagen mit. Ja, du musst geben ihm den scheiß Schlüssel, weil der Wagen ist sowieso beschlagnahmt. Morgen, los, girl. Was geht? Was geht? So, und sie kommen gleich mit. Stopp, sie bleiben stehen. Ja, 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 ja. Gehören sie zu irgendeiner Gang oder so? Sie sind zu keiner Gang, als was arbeiten sie? Ja, sie, oder machen sie Hartz IV? Machen sie Hartz IV oder als was arbeiten sie, Kurve? Hartz IV, gut, würden auf 2.0. So, hinten einsteigen, auf geht's. Das ist das CMD-Schwanz. Kommt sie da anbringen. Du musst mal kurz. Oh, shit. 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 Ich mach mal kurz den Prozess, Digga. Äh, wie geht's euch? Ja, ganz okay, ganz okay. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. Was ist los? Oh, nix ist eigentlich. Nix ist ausbesitz. Oh, mach mal das jetzt schon wieder. Oh, komm. Ja, ja, weg, weg, weg. Hey, komm. Ja, der hat einfach scheiß Reifen kaputt gemacht. Hallo, stopp. No way, bro. Dumme, Kurve, ich muss einmal mit dem Wagen beschlagnahmen. Aussteigen. Mom, läuft schon wieder mal. So, müssen wir. Ich denke, wir können nicht so. Ich denke, wir können nicht so. Bruder, meine Fresse, bitte, Digga, komm. Hämme, Hämme. Hab da deine Fresse, bitte, Digga. Hämme, Hämme, Hämme. Hämme, Hämme, Hämme. Hämme, Hämme. Ja, auch falsche Pesslung. Morgen gab's denn was geht was geht? Förtlern geht die erste. Ja, sieben Leute, RP. Ja, Bruder, wir waren noch zehn. Alle holen rum, mach RP. Ich mach RP, alle verlassen. Das ist eine Scheiße hier. Ich mach sowieso eine neue Leute, weil ich den einen Kackschwan blockieren werde. Der Typ da. Der hier diese anderen komischen Geräusche macht. Und ganz halt, äh, schreit. Ich hab den einen Kackschwan. 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 Das ist ja so. Ja, alle Jungs, ich mach' hier schon eine neue Lobby. Ich muss hier schon deinen Huppelmann hier blockieren. Ja, vielen lieben Dank. Und RP läuft mir wieder viel zu wenige. Also, ich mach' hier schon eine neue Lobby-Junk mal. Und dann kurz nachgebracht. Deswegen sag' ich, es müssen maximal 13 in der Lobby sein. Mal ist noch keine Ausnahme mehr. 13, 14. Äh, die hab' ich mit dem, äh, Karten, ja, gesehen. Äh, für Wischwester und RP. Vorher geht einfach nix. Was ist Deedmatch? Lasst, äh, Deedmatch oder Rennen machen. Da mach' keiner. Was ist Deedmatch? Was ist das? Wo wir alle gegen alle fighten oder was ist das? Na, Rennen hab' ich, äh, jetzt nicht so los. Neues Game, bitte! Neues Game, bitte! Bitte! Neues geiles Game rausbringen, bitte! Einfach ein neues geiles Spiel bitte rausbringen. Ja, wir machen gegeneinander Kräfer. Ja, machen wir das. Gute Idee. Wir müssen dieses eine Hotspot, wo kaum Polizisten kommen. Wo man gut fighten kann. Wir müssen den Rest contenus within, dann wär's mal sexuell. Wir machen eine Hotspot. Du Die andere Frage ist, ist ob wir da überhaupt welche reinschauen? Das ist so eine Art Mission, ja, wo man gegeneinander kämpft. Achso, du meinst sogar Mission. Achso, ich dachte, so kämpfen. Aber halt einen Hotspot. Oder nehmen, misst ihr unten das eigentlich auch gut. Ja, jetzt mal schauen, ob überhaupt hier die Leute wieder beitreten. Aber jedenfalls soll es 6 Leute, 5 Leute, 4 RP zu wenige. Weiß nicht, wenn halt alle weg sind auf einmal. Wir sind halt auf Playstation sind eigentlich... Ja, 400. 440 knacken. Warum hast du gewechselt? Weil ich einen Hampelmann blockieren musste. Und wir schnell wieder zu wenige 4 RP machen. Weißt du, die Frauen haben hier nicht mal einen Halt. Also, besser gesagt, die NPCs. Oh, ich spiel mir jetzt RP. Bro, ich hab doch gar nicht... Wir sind zu wenige. Ich würde auch gerne. Ich hab auch Pog RP zu machen. Es sind halt zu wenige. Es ist keiner von euch da. Dann teilt mal den Steam und irgendwelche Leute, Freunde, Kinder, Klassengruppen. Was weiß ich. Aber Leute, ich will spielen. Ich will nicht spielen. Oh, mein Name. Sehr gut. Bin drinne. Ah, okay. Denfalls kann man auch einen John drinne. Oh, mein Name ist so stark. Das ist hellish. Ah, okay. Ih! Oder haben wir wieder Outframe an, oder? Ey, lass einfach spielen, egal wie viele und nee, das Bruder, das funkt nicht. Ich hab was selber aufhängen, das muss so wenig Leute in der Pizze machen, das macht da hast du keinen Fun, ich hab da absolut keinen Spaß, ey, lass Boxkampf bis mehrere kommen, wenn überhaupt mehrere kommen, wegen Winn haben wir schon wieder so eine gute Qualität, und test, test, check, 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 check. Okay. Ich hab keinen... Ey! Okay. 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 Ah... Fuck man... ...hé... ...haha... ...haha... Ja, alle aus der Lobby an die anderen 5-Münchspieler kommt mal her. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, die Filmfläuse kommt mal her. Jetzt sind wir auch nur noch 4, perfekt, werden immer weniger als viel mehr. Oder FG mal ganz in der F seine F annehmen und dann verlässt er, F-Mann. Für was hab ich jetzt schon wieder die Scheiß-Polizei? Ich hab nix gemacht. Ich hab gar nix gemacht. Für was hab ich die Scheiß-Polizei? Ich hab nix gemacht. Ach, gar nix. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ah, perfekt läuft's. Let's go, Hotshot! You are a bitch! Well, fair to rest! Fuck you! Go, go! He's hiding behind himself. What's the problem? You're mine! Officer down! Officer down! Officer down! 2-2 1-2 1-2 2-3 1-2 1-2 1-3 2-3 1-3 2-3 2-3 Boah, ich fahre zu gut, ich schaue es doch Es hat schon mehrere Leute an, wir haben ja einfach weniger Nee, die fühle ich irgendwie nicht frei Ich schaue es doch Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Mit vier Leuten abzugeln, mit drei Leuten? Gar nicht! Boah, diese Polizisten! Hallo! Stopp! Was ist das? Der wenigstens die Rohrbombe explodiert auch gleich. Granate, die einfach 15 Sekunden später explodiert. Perfekt. Ein Rennen, wo du auch Topspeed von deinem Auto rausfindest. Ein Problem ist, ich habe nur zwei schnelle Autos, die nicht mal voll aufgetunseln sind, weil ich zu wenig fahre. Und, äh, level nicht genug, äh, hochgesst. Ah, das ist ein Scheiß, ey! Das ist ein Scheiß. Ah, kennen wir mal ab sofort noch. Trotzdem LP auch mit sechs, sieben Leuten. Sonst verlassen die einfach, weil die rumholen. Das ist ein Scheiß. Wenn ihr daran Spaß habt, mit sechs, sieben Leuten empfehlen zu machen. Ja, das ist mir schon sehr geil. Last, äh, deedlein. Man kauft die Autos, dann kannst du Volltuning machen. Ja, aber wie gesagt, kein Geld für diese Sache auch. Wie viel kostet die Autowerkstatt? 3 Millionen oder so. Ich auf Konto. Nur noch 70.000 Euro. Diese nächste Gute. Diese nächste Gute. ... ... ... ... Das war's für heute. Ach, komm. Weißt du, mich zwigerst halt noch mehr, dass, äh, auf Playstation sind halt schon voll viele Leute online. Über 400, 400, weißt du, anstatt einfach von denen wäre ich hier reinjoin. Aber nein. Ich spielte auch keiner mit. Weißt du, das ist ja einfach von allerein schon, Junge. Es laggt. Laggt jetzt das. Ja, ich geh jetzt dann sowieso auf. Ich will eh wieder über OBS streamen, aber kann erst, äh, wenn mal ein scheiß neuer WLAN-Router, äh, da ist. Also da muss funktionieren, weil dann eigenes Internet, dass ich dann eigentlich wieder über Playstation, äh, über OBS mit Kamera, Facecam ganz scheiß wie ein normales streamen kann. Ja, es sind noch zwei Wochen. Jetzt kann ich hier wieder fünf Tage nicht live gehen. Jetzt morgen streamen, dann erst wieder Samstag. Ja. Und dann, ja, von Samstag stream ich dann durch, bis nächste Woche Sonntag wieder. Äh, so wie die streamen, ja, dann kann ich immer noch über Playstation und nochmal, kann wahrscheinlich erst ab Freitag, also muss eigentlich, erst ab, ne, nächste Woche Freitag noch nicht, gell? Ah, scheiße, nächste Woche Freitag noch nicht, cool, oder? Äh, aber ab, übernächste Woche Freitag. Ah, stimmt, ich muss, glaub, nur vier Tage arbeiten, wegen Feiertag. Das heißt, ich könnte schon Freitag streamen, aber vielleicht Club. Also Samstag. Ah, alles scheiße, ey. Ah, sorry. Ah, lass mich mal in der Karre fahren. Richtig. Oh, Daniela. Mach doch so Gruppe auf mit irgendwelchen Freunden aus PS4 und schreib, was du live bist. Machen die meisten GTAs, wie immer auch. Wie meinst du, was für eine Gruppe? Er war der beste Mann, der einzige, der wenigstens in den Chat reinschreibt und Vorschläge gibt. Er, Mann. Ja, der Wagen ist geil, aber er hat nicht so viel PS. Und er ist so... Ups, kommt so vor, dass mehr PS hätte der Wagen, aber hat gar nicht so viel PS. Ich glaub, sogar in meinem Porsche, ey. Der nimmt mir vorlaufen, hat ein bisschen mehr PS. Aber egal. Ja, morgen, äh, äh, neuer Titel und neues Thumpling. Just da, wenn halt noch Drogen gibt. Oh, im Fall. Korbea, gib mir Geld! Money, 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 yalla, 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 yalla! auf geht hat er mir nur 60 dollar gegeben was für eine ehre man hat mir nur 60 dollar gegeben oder wissen mich verarschen was für 60 dollar er gibt mir 60 dollar morgen kann da soll ich kann dir dann geld geben wie viel jetzt habe ich keine lust mehr ja pander ich komme es genau wenn ich auf oh mann 85 prozent ja wie viel ist es ein dollar also ich will ja wie viel geht ja dolle mann ich sag's ehrlich es gibt echt sehr sehr viel eine milion glaube ich ja dann machen wir morgen würde ich sagen morgen wahrscheinlich auch nichts los sein morgen wenn du morgen am start ist wo ein king kong king kong tv was geht er kann spielen selbst selbst eine freundschaftsanfrage senden gerne ein abo leichter lassen dann passt das wasser bin mohr einladen wie wasser einladen wir sind viel zu wenig ein muss ich kurz über filmen aber wenn es kurve gibt geld geld money 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 jalla 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 get money get money 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 ja wenigstens hast du mir gescheit geld gegeben nicht lassen ja bei unter du kannst du genau geht ja auch in der laden und dann bist du morgen bitte direkt anfangen ziehen wenn ich den schönen live stream starte direkt dabei das ist der deal perfekt da hat man dann wie heißt es genau schreibt einfach auch schreibt einfach ausrufezeichen psn und dann rein hier ja ich bin wie gesagt morgen auch live ich werde jetzt aber aufgehen du musst auf nachrichten an nachrichten erstellen leute hinzufügen und rein schauen dass es live ist du musst auf nachrichten dann auch nachher erstellen leute hinzufügen und rein schauen dass es live ist ganz komplizierte geschichte das war's mit mir ja also ich zieh durch bin morgen wieder live was soll ich morgen gleich sein welche uhrzeit sagt die morgen für sonntag schreibt rein schreibt rein schreibt rein jetzt kann nicht mal einer reden es kommt keine antwort nix leute wissen zu wenig geld für rp das ist macht leute wissen sechs leute ist es kann da ins team kann da keine rp machen das ist zu wenig macht also ich kann da klar kann ich schon ich kann auch mit zwei leuten mit mir selber rp machen hallo logik und dann ganze map da eine ist hier deine ist da dann sind vielleicht hier zwei und dann hier noch einer ja sechs leute dann das ganze 15 uhr ja 15 uhr da stehe ich gefühlt auf da stehe ich gefühlt auf jungen 15 uhr nicht mal boris kommt mehr auch abgucken vielleicht so einen job und kommen an die anderen aus der lobby auch ja ich ziehe jetzt durch morgen 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 morgens direkt und dann machen die machen bitte nur kurz nee lass morgen jetzt auf krampf jungen das machen wo ich absolut keine lust hat kann also das absolut schmutz ja Das war's für heute. 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 Get it. Das war's für heute. Das war's für heute.